Wenn sich Museen, Turnhallen, Galerien und Scheunen in Elbe-Elster in Theaterbühnen verwandeln, dann findet wieder das internationale Puppentheaterfestival statt. In diesem Jahr wird es bereits zum 25. Mal stattfinden und geht vom 15. bis 24. September. 53 Vorstellungen mit 31 Inszenierungen von 22 Puppenbühnen aus ganz Deutschland, Dänemark und Tschechien stehen diesmal auf dem Programm. Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr am 15. September um 18 Uhr im Refektorium unweit des Schlosses in Doborlo-Kirchheim vom Theater Concours aus dem hessischen Schlitz. Zu sehen ist die Inszenierung Die furchtlosen Vampirkiller, welche auf der Geschichte von Roman Polanskis Tanz der Vampire basiert. Am 17. September hält die evangelische Kirchengemeinde Bad Liebenwerder im Rahmen des Festivals erstmals einen Familiengottesdienst mit der Puppenbühne Theater aus der Truhe ab. Auch die traditionelle Lange Nacht des Puppenspiels wird es wieder geben. Sie findet dieses Mal am 23. September im neu eröffneten Kurhaus in Bad Liebenwerder statt. Alle Veranstaltungsorte und das gesamte Spielprogramm des 25. Internationalen Puppentheaterfestivals in Elbe-Elster finden alle Interessierten wie immer auf der Homepage www.puppentheaterfestival-ee.de. Dort gibt es auch umfangreiche Informationen zum Kartenvorverkauf. Dieser startet am 1. August.